Letzter Drehtag, diesmal wirklich. Es geht um den Wissenschaftler und ich bin sehr froh, dass Andreas Emme Herzer für die Rolle zugesagt hat, trotz des schwierigen Textes, muss man sagen. Na ja, als Schauspieler vom Fach ist mir hin und wieder schon genötigt, dass man einen etwas schweren Text vor den Latz geknallt bekommt. Obwohl ich sagen muss, der sucht schon seinesgleichen. Also ausgezeichnete Arbeit, wirklich. Es ist nicht von mir, es ist von der Veronika Strauß, die hat meinen Text auf ein Niveau gehoben, dass ein Nobelpreis verdächtig ist und ich bin auch froh, dass sie mir das noch gratis gemacht hat, dass ich es noch erwischt habe, bevor sie den Literatur-Nobelpreis bekommt. Den hätte sie allein schon für den Text verdient. Eben. Ja, gehen wir es an, würde ich sagen. Ja, passt. Gut, ich bin soweit. Dann, Kamera läuft, Ton läuft, Klappe. 68.1, die erste. Was? Ohne Text? Auswendig? I?